hallo liebe leute und willkommen zu minecraft so wir sind wieder hier unten und hoffentlich passt es besser und ja minecraft macht nicht solche zicken wie letztes mal so mit speicher und was auch immer das war weiß ich nicht also es scheint auf jeden fall jetzt erst mal alles gut zu sein so und moment eben die musik ein bisschen leise machen ja mir ist was aufgefallen nämlich das hier das sieht ja immer noch so aus ich habe in der kopie habe ich was mit ja hier was mit aber ich habe keine erde mit dann packe ich mir eben erde ein ich muss da ja hochkommen ich habe in der kopie welt noch mal da fiel mir das eben zufällig dann auf dass ich da den weißen klotz weg gemacht habe dann weg gerannt bin um glattstein zu holen ich weiß nicht ob ich das tatsächlich gemacht habe oder nicht aber auf jeden fall habe ich dann da wieder den weißen reingesetzt oder einen weißen und nicht den hier ja das geht jetzt auch jetzt kann ich so machen ohne schaufel sondern mit spitzhacke dauert nur ein bisschen länger aber ich glaube hier minecraft fängt schon wieder an zu zicken naja wir lassen es mal laufen oder mal schauen also ich habe so auch nichts weiter gemacht gut ja wir probieren es einfach aus wie sieht es aus hier wir müssen ja hier weitermachen dass wir haben da ja gar nicht mehr so viel zu machen hier ist noch ein passagierabgang und da auch aus einem steig bahnsteig dann müssen wir das noch machen und dort vorne unter der treppe eben so dass wir dann noch etwas interessanter ja jetzt muss ich nur noch mal schauen ja hier auf der rechten seite also von hier aus gesehen wo ja und es muss ich auch mal was stellen wir zwischendurch was essen da fehlt kein sound ist ja ja genau da ist einfach nur was da drüber okay gut dann machen wir erstmal hier weiter da bin ich mal gespannt hier also 11 83 war das ja da stehe ich sogar schon moment hier so stehe ich sogar schon richtig hier muss dann die treppe hin dann das auch weg hier was ist da eigentlich drin hier da ist gar nicht so viel drin ich will es denn noch mal versuchen ja das wird nichts nutzen die kiste ist im weg da komme ich ja nicht runter das geht nicht ich muss die kiste weg machen ja gut ich nehme die axt so aber die andere sollte da bleiben können ja doch das ist so richtig nein 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 minecraft das wieder ich weiß nicht was das ist wir probieren einfach weiter aus ich habe doch nichts gemacht muss doch alles laufen wir sind auf 26 gut noch eine ebene tiefer auf 25 so dann machen wir ja gut den durchbruch helligkeit haben wir schon so ok ach ja dann muss ich ja die treppen hinsetzen ja gut machen erstmal hier vorne alles das so weg das so weg diese beiden hier weg und auch diese vier hier so jetzt mal schauen was wir alles so da haben das da und das da und da und da und diese zwei hier und dann drüber da muss aber das ja auch weg hier die habe ich ja da diese so ok das passt schon mal hier dann brauchen wir die stufen hier die treppen und dann setzen wir die da hin ja genau das passt auch da jetzt muss ich nur über mir was weg machen genau da stoße ich gerade an ok erstmal so weit so und so so und so ok das wäre schon mal so weit so gut hm da muss die kiste auch weg gut ich haue die jetzt einfach weg moment mal ist das richtig hier ja ja doch das ist richtig das sind diese vier hier auf der seite das sind die vier auf der seite und dann muss jetzt erstmal die kiste weg mit allem was drin ist das passt ja wohl das passt nicht ins inventar gut da muss ich noch ein das kann weg das kann weg das glas ja das kann jetzt auch mal weg ich muss ja im grunde nur glas weg machen und kein neues hin und da rundum ist alles voll so ja ich muss irgendwie was loswerden was kann ich denn loswerden hier das glas ja noch mal dir das hier ja genau so aber das war es auch schon es ist total durcheinander alles aber macht nichts das muss ich dann halt irgendwann mal wieder umräumen oder am besten mal zwischendurch einfach mal alles weg das könnte ich eigentlich machen wenn ich mit der aufnahme durch bin für heute einfach mal die kisten alle weg machen ausleeren alles weg ins lager und dann wieder neue leere kisten hinstellen und dann befüllen wir die einfach so nach und nach wieder obwohl das andere sagt ja auch so geht naja egal so kann ich mir immer noch überlegen hier müssen wir jetzt noch an der decke was machen da muss noch etwas weg ne der nicht so und so und diese beiden so damit wären wir auf diese seite fertig woher dann gleich rüber zum nächsten mal so na jetzt gut es nutzt ja nichts mich drüber aufzuregen ich kann es ja nicht ändern außer indem ich mir einen neuen rechner kaufe das sollte gehen aber das kann ich mir gerade nicht leisten ist mir jetzt gerade noch ein bisschen zu teuer daher muss das eben noch so gehen nutzt alles nichts so gut das wäre schon mal soweit da kommt das hin dann müssen wir die da weg machen oder ist da eine lücke an der seite ja gut die kann ich dann zumachen so ich will ich mal den durchbruch schaffen hier so ne ne geh doch weg hier so und so haben wir das da unten jetzt eigentlich schon ja doch nur hier oben und an die da mache ich erst unten da muss gleich noch ein bisschen kohle weg naja gut und über mir auch noch was weg machen das da das da und das hier so das passt dann dann mache ich dennoch jetzt erst die treppe hier das hier schon mal das da da kann ich aber auch gleich oh da muss ja noch mehr weg okay so und so was haben wir denn da der wollte nicht weg so und dann hier will ich gerne zumachen da ach diesen Hohlraum den will ich nicht lassen ich fülle den mal aus so kann ich da rein ja wer weiß was sich dann da noch alles ansammelt machen wir das mit Bruchstein voll da auch noch okay so weit so gut dann müssen wir da mit gelatscht dann den Rest machen und auch hier noch diese Ecke mit der Kohle weg jetzt geht das wieder hin jetzt geht es wieder weg ach man ja die CPU-Auslastung ist jetzt gar nicht mal so dramatisch 65-68% gerade ich habe das jetzt eben auf dem linken Bildschirm mal aufgemacht Grafikkartenauslastung kann ich jetzt gerade nicht sehen Moment mal das muss doch gehen so und wieder zurück zum Spiel ja das hier läuft weiter ich habe komischerweise ein weißes Bild hier aber das sollte nichts ausmachen die Grafikkarte ist zu 72% na gut bei der CPU gibt es ein bisschen mal so Spitzen aber im Großen und Ganzen nichts weiter dramatisches so okay gut das sieht ach so haben wir ah ja der Zaun fehlt noch okay ansonsten sieht das ja schon ganz gut aus so und so das war es auf der Seite dann die Treppe kommt ja sowieso noch weg ja genau das machen wir dann aber ein andermal ja nicht jetzt so das haben wir Inventar ausleeren ja ich lasse das jetzt erstmal noch alles trennen machen wir mal weiter da haben wir schon da haben wir noch einen Bahnsteig und dann noch einen für Personen okay so ungefähr hier da müssen wir weitermachen okay ah ne ne die beiden sollen da bleiben ja gut einfach mal weiter so in der ähm in der Art bis wir auf der richtigen Ebene sind ja da war nichts kein Monster das wieder ankommt so noch eins tiefer dann sind wir da auf der richtigen Ebene 25 so dann haben wir hier auch schon den Durchbruch und damit etwas Helligkeit da oben noch weg das da das hier so und diese vier hier auch noch äh doch hier ja die weißen genau die brauche ich auch da nochmal da und da und da oben und da oben diese beiden haben wir nur noch zwei da müssen wir neue machen oder kommt da was nach nein da kommt nichts nach dann machen wir doch gleich mal neue wir brauchen davon ja noch so einige denn hier noch in dem Gang und drüben im anderen ja auch noch da müssen wir ja auch noch hin da ist ja auch noch was zu machen der komplette Gang sogar noch ähm schnell die Werkbank wieder weg da waren die Zäune glaube ich drin da hin oder jetzt haben wir da was frei was gehört da das da glaube ich so okay das wäre schon mal das hier dann ah ne ich brauche die achso statt der des Glattsteines hier diese ja die Treppe äh die Treppen ja genau so erstmal Platz machen hier damit ich hier hochkomme na da muss ich im letzten Augenblick muss ich doch noch äh ne die Stufe oder zumindest eine Halbstufe höher sprengen so dann wäre aber oh 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 großes Gewackel achso Tages Tages äh Wechsel Gewackel das kennen wir ist auch nicht gut aber gut na das finde ich jetzt nicht so dramatisch wenn das einmal am Tag vorkommt so das wäre schon mal hier der Zaun ach ja die Decke noch bevor wir weitermachen können äh passt das jetzt aber schon so ja doch müsste ja gut dann auf der anderen Seite mhm ich bin eh richtig ich verstehe es nicht nee der nicht der hier so bevor es hier weiter geht mache ich mal hier mir wieder einen vernünftigen Boden da an der Seite das passt auch und da oben kann ich auch schon was hinsetzen so dann hätten wir den Eingang hier schon mal gemacht ja dann weiter rausbuddeln da muss gleich was hin dann müssen wir da eins höher und entsprechend weitermachen so der muss auch gleich wieder ersetzt werden so damit wäre das erledigt äh ja dann hier weiter nach oben nee Moment richtiges Werkzeug auswählen es ist hier ein bisschen ruhig hier das kommt mir so verdächtig vor habe ich die Monster ausgeschaltet eigentlich ja nicht ich schaue mal nach nö ist auf normal ach da vorne da ist was da vorne da genau habe ich auch was gesehen ja die sind da die sind nur weiter weg okay das ist gut so soll es sein ja dann muss ich hier da drinnen noch weg machen sogar noch mehr so und jetzt wenn wir das fertig haben dann müssen wir noch auf einem Bahnsteig oder geht uns das Material aus auf einem weiteren Bahnsteig das machen und dann sind wir mit dem Gang hier erstmal soweit fertig da müssen wir mal auf die andere Seite gehen da brauchen wir noch ein bisschen mehr gehen wir weg hier machen wir Platz hier so und ach die sind schon wieder da die waren auch vorher ach keine Ahnung weiß ich nicht egal das hier dorthin so das hier ist das hier ist das hier das hier ist Vielen Dank.